Ach, ihre Reputation ist just die beste, nicht Pardon. Drum hab ich noch Nacht von Person mir anders vorgestellt, Pardon. Ein wenig übertragen schon, nicht sehr verführerisch, Pardon, mit militärisch lauem Ton, die Leute sagten so, Pardon. Drum hab ich doch noch mehr gedacht, Das hat mir früher warm gemacht, Doch kaum lass ich das sehen sie, Da wart mir, ich weiß nicht wie, Gar leichter weckt man Sympathie, Gar leichter weckt man Sympathie. Wenn man so reizend ist wie sie, Wenn man so reizend ist wie sie. Das gilt ja vor der Hand, herbig und ganz charmant, Einzug nur vor der Tür, immer das Ziel im Sinn, Weil die Schamte stimmt für mich, das weit befindet sie. Wenn man so reizend ist wie sie. Was soll ich dir gefährden, begehren und geniert? Du darfst was begehren, bei dem ist nichts riskiert. Ach, meine Wünsche sind sehr klein, Ich werde sehr bescheiden sein. Warum die Resignation mit diesem Feuerhauk, Pardon, Begehren darf man kühler schon mit diesem Kirschen und Pardon. Ich gebe ein Schloss mit Passion für eine Kuss von dir, Pardon. Es wird ja doch noch bettelbar um für eine Götterlust, Pardon. Was auch dein Herz von mir verlangt, Und die Erfüllung sei nicht wahr, Denn sei mein Auge, siehe dich, Kein Zunverschwender werde ich, Begehren darf man immer zu, Begehren darf man immer zu. Wenn man so reizend ist wie du. Wenn man so reizend ist wie du. Wenn man so reizend ist wie du. Wo sind die Erfüllung, wenn man so reizend ist wie du. Untertitelung des ZDF, 2020